Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Workers and Resources Soviet Republic Wir sind zurück und haben mir stehen geblieben, dass wir hier eine Viehzucht an Mann gebracht haben Aber ein Problem mit Strom haben Dem möchte ich jetzt ein wenig auf den Grund gehen Ah, da kommen jetzt die ersten Arbeiter wieder an Okay, jetzt haben wir wieder Strom Dass wir vielleicht nachts über auf Ökostrom setzen Da hatte ich nämlich so dran gedacht Dass wir sagen, ey Cool, aber Dass wir dann quasi hier Sagen, komm Wir stellen uns in die Industrie Weil die Industrie ist wichtig Windräder hin Die hier Strom produzieren, solange das Kohlekraftwerk Vielleicht mal nicht Ja, einsatzbereit ist So, da wird jetzt viel produziert Ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich eingeschaltet habe Ja, ist ja klar, ich habe es ja nicht gesagt Dann machen wir hier jetzt einen Schlachthof direkt nebenan So in etwa Könnte man ja eigentlich mit Gabelstaplern mal arbeiten Wie geht denn das? Wie, zu lang Wieso ist denn das zu lang? Ja, okay, dann machen wir das anders Moment Wir reißen ab Bauen neu So und bauen dann einfach eine Straße hin So in etwa Zack Ein Individualverkehr denken Dann bauen wir hier nochmal einen Parkplatz Und hier vielleicht dann auch noch Die müssten dann halt auch nur verbunden sein mit der Straße Das heißt wir bauen hier nochmal Ist so Bahnübergang nicht erlaubt Ich verstehe es nicht Also ein paar Nicht wachs würde ich sagen Aber ein paar kleine Fehlerchen hat das Spiel noch Oder ein paar Fragezeichen sag ich mal So ich würde die Fehler dazu sagen Fehler klingt so abwertend Dann bauen wir hier nochmal Einen kleinen Parkplatz so hin Aber dann auch so, dass auch die Von der Seite da reinkommen Wenn es denn funktionieren würde Naja egal So Dann könnte man hier auch noch ein bisschen Straßenmodernisierung betreiben Das habe ich ja offscreen jetzt gemacht Aber das können wir jetzt nochmal schnell machen So Ich muss das halt wirklich so kleinteilig machen Nur das geht mir tierisch auf den Keks Weil wir dann immer zwischendurch Standbilder haben So Da haben wir da auch eine normale asphaltierte Straße Ach guck mal Da fährt ein Auto Okay die Leute fahren scheinbar mit dem Auto Ich habe vor ihm gerade den Tram Ach der fährt jetzt hier wieder zum Parkplatz Okay Da stehen so die Autos So die Vieh Das ist also die Fleischproduktion Genau da ist der Kühlspeicher jetzt voll Da konnte man neue bauen Das habe ich glaube ich gesehen Fleischlagerung Da Okay Dann haben wir da nochmal einen kleinen Speicher Genau Und dann können wir jetzt mal anfangen Eine Linie zu bauen Haben wir hier irgendwo in der Nähe Vielleicht einen näheren Grenzübergang Das sieht mir nicht so aus Verdammt Wobei hier in die Richtung Äh Sieht das gut aus Lezise Ist das ein Grenzübergang? Ach in Westen Ne in Westen wollen wir ja nicht Da haben wir ja nichts mehr zu tun Ja okay dann wird es wieder Stropani Ah jetzt brummt das Handy wieder zwischendurch Tut mir leid Stropani Holen wir uns da mal Kühlung Da holen wir dann auch ruhig die dicken Die Karten Zettdinger So und der fährt dann quasi Von Neuer Stopp Von Hier Nach Äh wo ist es denn jetzt? Dresden Ich muss mich mal kurz orientieren Ist das hier der Ort an dem wir immer exportieren? Ne Oder? Oder war das hier? Ne hier ist eine Stadt Moment ich muss mal eben überlegen Hier ist ja Rostock Das ist ja unsere Stadt Blöd gesagt Ne? Wo ist denn hier jetzt der Bauernhof? Da Die sind doch immer von hier Die Straße Ach Padups hier war das Genau Den Namen den ich nicht aussprechen konnte Der hier Und dann nach Da So Start Das erste Stopp ist nicht erreichbar Von der aktuellen Fahrzeugposition Wie? Warum? Warum das? Also erstmal muss der ja noch Ein paar Planen auf anderes Fahrzeug kopieren Zack Zack Aber warum kann der das nicht erreichen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht Der hat doch hier eine Straßenanbindung Oder? Ja Achso Aha Ich sehe warum Fehler natürlich wieder Meinerseits Da So Jetzt aber Wo ist meine Zentrale? Da Eins Wenn der da ist Fährt der nächste los Und so weiter Ihr kennt das Spielchen ja mittlerweile So Die Windräder machen ihren Job halbwegs gut Wir haben hier nach wie vor Strom Wenn es natürlich windstill ist Haben wir ein Problem So Der erste Kühlungs-Lkw dürfte jetzt auch eintreffen Genau Dann kann jetzt quasi der nächste los Und dann gleich wieder der nächste Da steht ein einsamer kleiner Trabant auf dem Parkplatz So Diese riesigen Lkw-Kolonnen hier im Industriegebiet Ich mag das Ich finde das cool Wir haben ordentlich Geld gemacht jetzt im Oktober Krass Wie gesagt Mein Traum ist ja immer noch eine Autofabrik Dann haben wir jetzt eine Viehzucht Und eine Fleischproduktion an Mann gebracht Das ist gut Die dürfte jetzt auch im Idealfall laufen Genau Da ist ordentlich Fleisch drin Jetzt fehlt hier Vieh Ach wohl Getreide fehlt Die Schweine haben kein Getreide Ja dann brauchen die mehr Mehr Felder ne Denke ich mal Dann setzen wir mal Hier noch welche hin Zack Zack So die verbinden wir miteinander So Und So Die werden dann auch dem Hof gleich Zugeteilt Es gibt keine Straßenverbindung Natürlich Natürlich gibt es eine Straßenverbindung Seid ihr doof? Ah jetzt So Dann rollen die Träger auch schon los Perfekt Da scheint auch schon geerntet zu werden Sehr gut Können dann ja ruhig nochmal Jeweils Einen Drescher Wir haben ja kein Platz mehr dafür Okay So wie sieht das lebensmitteltechnisch aus? Oder fleischtechnisch? Ah Nicht gut Da fehlt es aktuell so ein bisschen Wir brauchen auf jeden Fall mehr Pflanze Wir brauchen noch einen Bauernhof glaube ich Wir bauen mal hier nochmal Einen kleinen Bauernhof So Der dann quasi Gleich wieder hier die volle Ladung Felder bekommt Dementsprechend hier ein Feld Da scheint irgendein Erzvorkommen zu sein Das lassen wir erstmal noch in Ruhe So Dann bauen wir hier noch ein Feld hin So Und da noch eins Kriegt er dann auch gleich zugeteilt Ach keine Straßenverbindung Fail So Zack Jetzt hast du eine Straßenverbindung Dann holen wir Fahrzeuge natürlich Eins Zwei Drei Eins Zwei Drei Drei ist vielleicht ein bisschen viel Stopp Fahrzeuge brauchen Und dann In dem Falle Eins Zwei Drei So Wunderbar Und dann wird hier auch wieder standardgemäß Machen wir auch wieder eine Linie Die dann quasi von Weil ich muss die Linie mal eben generell anpassen Dann machen wir das anders Die Linie hier Wird gecancelt Stattdessen steuern die D-Farm hier an Hier wird entladen Und hier wird B-Laden So Das heißt die Friedzucht wird jetzt quasi erstmal still stehen Währenddessen werden wir das staatlich subventionieren Zack Ausnahmsweise Damit die Produktion dahingehend noch ein bisschen läuft So Kann man alles wieder löschen getrost Dann sind wir auch schon mal wieder weit gekommen Wir sind hier so dick am aufbauen Dann bauen wir hier nochmal ein paar Plattenbauten Dass das Ganze nochmal ein bisschen DDR-Rieger aussieht Ich stehe auf diesen Style Tauschen würde ich trotzdem nicht Straße weg Straße Ach Wieder die falsche Straße Also manchmal ist es echt ein bisschen hakelig von der Steuerung her Aber ich denke mal da fuchst man sich dann auch mit der Zeit rein Dann können wir gleich nochmal ein paar Autos zum Verkauf hinstellen Und dann machen wir auch Schluss für heute Plattenbauten Gleich wieder Das volle Programm Eng an eng gestellt So wage ich das Zack Oh Da schon das Spiel kurz Zack Dass möglichst viele Arbeiter hier ihren Platz finden So Dann kommt hier noch ein Plattenbau hin Ja Plattenbausimulator Kann man das auch nennen So Ach jetzt hat der natürlich wieder keine Straße Ist ja wunderbar Scheiß auf Dann bauen wir da ein Fußballfeld Dass die Leute sich sportlich ein bisschen Einbringen können So Fußballplatz Und daneben bauen wir einen Tennisplatz Wenn es sowas gibt Tennisplatz tatsächlich So dass wir hier die Jugend auch ein bisschen Mit einbringen Zack So Wunderbar Wie viel Einwohner hat Rostock bis jetzt? Können wir nicht sehen Wir haben keinen Strom Super Das läuft hier ja Wie am Schnürchen Da kommt der nächste Brummi Was machen wir an Geld? Schon eine gute Summe Wir machen ja gerade so viele Ausgaben Wir machen ja gerade Ausgaben Ah Ich weiß warum Stopp Ich will nichts mehr kaufen Halt Abbrechen So Wenn wir das die ganze Zeit staatlich subventionieren Ist das ja kein Wunder Dass wir laufende Kosten haben Gut Dann mache ich heute aber auch wieder Feierabend Ich hoffe es hat euch gefallen Falls ja Zeigt es mir noch gerne Mit einem Daumen nach oben Und wenn ihr nichts verpassen wollt Gerne auch abonnieren Wisst ihr ja Ich wünsche euch was Lasst euch gut gehen Auf Wiedersehen Bis dahin Und Tschüss Bis dahin